Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Ankündigungsvideo und zwar betrifft es Jurassic World Evolution. Gestern Abend um 22 Uhr, circa 22 Uhr, ist eine Ankündigung rausgekommen, nämlich etwas Neues für Jurassic World Evolution. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja Leute, wie wir alle schon erwartet haben, kommt endlich das 1993 Jurassic Park DLC raus. Das Ganze heißt Return to Jurassic Park, wie ihr hier oben seht. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das sein wird oder sowas. Die Infos sind noch nicht bekannt, aber wie gesagt, es kommt am 10. Dezember raus und bei diesem kleinen Trailer, da sieht man ja auch schon einige interessante Dinge, die das Ganze betreffen. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, will ich einmal nochmal kurz sagen, das Originalvideo, was wir jetzt gerade gesehen haben, das findet ihr auf dem Jurassic World Evolution YouTube Channel. Der ist unten, der erste Link in der Videobeschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall ab und lasst da auf jeden Fall ein Like da, damit die Entwickler von Frontier sehen, dass wir Bock auf dieses DLC haben. Und damit wir hoffentlich noch viele weitere schöne DLCs und Upgrades oder Upgrades, Updates für Jurassic World Evolution erwarten können. Also lasst da auf jeden Fall ein Like da bei dem Originalvideo. Und ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier so ein bisschen rein. Was sieht man denn da so? Also das hier ist an sich noch nichts Neues. Die Jeeps, die kennen wir ja auch schon, aber ich glaube, wir klicken mal ganz kurz durch. Das habe ich sogar quasi schon mal in einem Zuschauerpack gesehen, dieses Bild. Also das ist nichts Neues. Das könnte sogar aus meinem Video sein. Es sah halt wirklich fast genauso aus, weil der Zuschauer hat das richtig gut nachgebaut. So, hier sehen wir das erste neue Gebäude. Und das ist das, wie heißt das denn, Besucherzentrum heißt es, glaube ich, ne? Das Originalbesucherzentrum aus den Jurassic Park Filmen. Mega, mega cool, mega nice. Sieht richtig, richtig cool aus. Also ich glaube, wir werden auch richtig viele neue Gebäude kriegen. Wahrscheinlich viele Gebäude in diesem Stil mit diesen Strohdächern und sowas. So wie man es halt auch von Jurassic Park Operation Genesis noch so ein bisschen kennt. Dann klicken wir uns mal noch weiter durch. Ich habe richtig Bock drauf, muss ich sagen, weil dann können wir wirklich mal so die alten Sachen richtig nachbauen. Oh, hier ist natürlich wieder ein Highlight, genau wie das Besucherzentrum. Nämlich das Jurassic Park Tour, das Originale. Und es sieht mir fast so aus, als wenn es jetzt auch so eine Besucherattraktion gibt. Weil ihr seht ja, hier sitzen immer drei Leute drin. Es sieht so aus wie Besucher. Und das Ganze fährt auf Schienen. Also richtig cool. Da wird es wahrscheinlich so eine richtige Jurassic Park Tour geben. Ich bin mal gespannt, ob man das Tor so platzieren kann oder ob das Teil von dieser Tour ist. Weil das sieht so ein bisschen meiner Meinung nach aus, als wenn das zu dieser Tour jetzt hier gehört. Aber da lassen wir uns überraschen. Der Zaun hier ist auch neu vom Design her. Den habe ich so auch noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall richtig cool und vielversprechend aus. Hier sieht man das Ganze nochmal von oben. Also hier sieht man ganz klar die Schienen. Das Fahrzeugmodell ist tatsächlich eigentlich das gleiche, was wir auch schon kennen. Würde ich jetzt so sagen. Da sehen wir ein Stego. Das müsste auch ein neuer Skin sein, oder? Äh, ein Stego. Entschuldigung. Ein Triceratops natürlich. Mein Fehler. Ist, glaube ich, ein neuer Skin. Also den kenne ich, glaube ich, so noch nicht. Schreit da nochmal. Hier sehen wir Dilos. Das ist ganz normal der Standard Skin. Aber die dürfen natürlich nicht fehlen. Und das ist ein Velociraptor. Der sieht aber auch ein bisschen anders aus, oder? Okay, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, falls ihr da einen Unterschied seht. Ich weiß nicht, ob ich den Skin schon so kenne oder ob der sich allgemein so ein bisschen optisch verändert hat. Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, was haben wir hier noch? Hier sehen wir nochmal das schöne Besucherzentrum mit dem klassischen T-Rex-Schrei hier. Ähm, ja, vor dem Besucherzentrum. Hier ist auch noch irgendein neues Schild. Schaut mal hier. Das ist ein Helikopter-Landeplatzschild. Seht ihr das? Also, ich gehe mal davon aus, dass man auf jeden Fall auch einen Helikopter-Landeplatz bauen kann. Vielleicht auch einen Ankunftsort, wo dann Besucher ankommen. Also, hier ist auf jeden Fall ein Wegweiser mit einem Pfeil nach links, dass dort ein Helikopter-Landeplatz ist. Und ich glaube, viel mehr Infos kriegen wir jetzt hier gar nicht raus, ne? Das Ganze heißt, wie gesagt, Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park und kommt am 10. Dezember raus. Ich freue mich mega darauf. Sobald es neue Infos dazu gibt, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.